Vier, fünf Tage nach ihrem Tod saß ich allein im Wohnzimmer und wusste nicht weiter, kam nicht zur Ruhe, wartete auf ein abklingendes Schock, sah einfach an. Hallo! Die ganze Bude, ein Trauerfall, jeder Zentimeter tote Mom! Wir dachten lange Zeit, sie würde eines Fahns zurückkommen und uns sagen, Herr Hörungs, das war alles noch eine Prüfung. Sie stieß sich den Kopf, träumte etwas, musste speien. Statt auf, fiel um, blieb liegen und starb. Wollt ihr nach vorne schauen? Wollten wir allmählich nach vorne schauen?